Musik Immer neue Aufgabenstellungen erfordern innovative Fertigungsmethoden und hohe Investitionen. 1966 entsteht die große Werkhalle in Gräfenwiesbach und schon 1970 wird für die Fertigung von Gelenkwellen das Werk im Nahen Weilmünster erbaut. Musik Eine 5600 Quadratmeter große Produktionshalle für ein Verlagerungsprojekt An- und Abtriebswelle entsteht 2016. Heute beschäftigen wir 200 hochqualifizierte Mitarbeiter, die meisten seit vielen Jahren. Musik Unsere Qualitätskontrolle erfüllt höchste Ansprüche. Vom verwendeten Stahl bis zum fertigen Produkt. Genau das wissen unsere Kunden zu schätzen. Viele Kollegen haben hier ihre Lehre abgeschlossen. Neben Bürokaufleuten werden Industriemechaniker, Werkstoffprüfer und jedes Jahr vier Zerspanungsmechaniker ausgebildet. Musik Ich mache meine Ausbildung bei Grünewald, weil das genau mein Ding ist. Das heißt, wer bei Grünewald eine Ausbildung beginnt, hat einen sicheren Arbeitsplatz für die Zukunft. Musik Wir sind Ihr Partner für Qualität und Flexibilität. In vielen bekannten Fahrzeugen und Maschinen mit dem Gütesiegel Made in Germany sind Teile aus unserer Produktion verbaut. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020